Kai hat mich gehänselt, wegen meiner Akne. Ja, dann ist es passiert, hinterm Geräteschuppen. Wir waren allein, ich habe den Steiner liegen sehen und, ja, das ist mir die Sicherung durchgebrannt. Ich wusste sofort, dass er tot war. Ich bin dann unbemerkt zu den anderen, niemand gemerkt. Kai haben sie erst ein paar Tage später gefunden, ist nie rausgekommen. Also, dass ich es war. Aber jede Nacht träume ich von Kai und wie er über mich lacht. Und Stefan, zufrieden?